hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video du bist der tiger was hier heute auf diesem kanal sofort und warum bin ich immer noch in der wüste heißt erst mal da warum doch du machst urlaub da in der höchste ja was du sagst du findest eine oase hast du es inzwischen gefunden ich liege immer noch am strand ja ich sag ja die legendären skins sind alle geschmolzen und ja haben dann einen kleinen teich gebildet jetzt gestanden diese oase ja ich bin dann ich bin dein charakter die ganze du bist meiner so ja ich bin fang an neues game maven was zum geier soll das sein und eine bürotante ja für roto sie mit einem das ist kein macbook sondern das ist ein lama book ja also wie viel gibst du epic book wie gehst du ich gebe ich bin heute nur noch für diese woche eine einmal dabei ist und ich gebe dir jetzt was warum solchen zuerst geben also zuerst geben muss ich finde die nicht gut 261 t square ja das ding da das ist das nächste hatte ich ja schon gelegt das hier ist ein wasserlage das ist so ein messgerät das ist keine wasserlage das ist ein messgerät ich habe keine ahnung was ich dem ding geben soll ich finde das auch nicht toll auch zwei von zehn auch wieder drei den habe ich gelegt und den finde ich eigentlich ziemlich geil und das 800 wie bugs finde ich mega nice drehen mal ein bisschen leicht wird sie nicht über ihn sicher nicht holen nein weil ich habe ja meinen also für 800 wie box wenn ich jetzt noch keinen coolen hätte den würd ich mir holen der ist echt alles also zehn von zehn zehn von zehn ja so dann was ist von dem set du siehst scheiße aus nur noch weiß du sie jetzt nicht aus jetzt welche sehen beschissen aus also drei von zehn du musst ja nicht mehr geben weil bei der vor der trekker profile ist das dann dann dein avatar recht okay drei von zehn so hätte nachdem finde ich nicht so toll die melodie ist irgendwie die die geht einem dann nicht mehr aus dem kopf aus wenn die mal drin ist ja muss ich euch sagen das ist ein ohrwurm aber aber der Emote den finde ich auch nicht so gut finde ich wirklich hoch deswegen kriegt der von mir nur sechs von zehn ok von mir sieben von zehn oh dieser skin leute ich finde das ist eine der schlimmsten skins die es in ganz fortner gibt einfach eine armee tussi und sieht einfach nur schlimm aus das ist einfach nur das ist schlimm das ist wirklich schlimm dass der normale nosken besser als das da 0 von 10 absolut 0 von 10 das ist schlimm ja bin ich 0 von 10 lucky 0 von 10 was das denn das ist genau das gleiche wie eine normale standard picket nur mit dem smiley oben drauf das lächeln wenigstens ein und ein von zehn ok dann würde ich sagen wenn ich das heutige dailyshop video gefallen hat wenn ich selber leute ihr könnt auch beim tschutzprobe schauen da werde ich jetzt mal mehrere posten weil er gleich mir geholfen hat und zwar habe ich jetzt einen neuen ram geholt wie ich es auch schon angekündigt habe jetzt habe ich 24 gigabyte und ja dann wird vielleicht noch mal ein oder anderen stream kommen diese woche und bis dahin und tschau tschau tschau